Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Internetsprechstunde. Im Rahmen dieser Internetsprechstunde werde ich Ihre Fragen beantworten, die Sie mir im Laufe der Zeit gestellt haben. Lassen Sie sich überraschen, es wird spannend. Viele Patienten sind sehr verängstigt und haben Bedenken zum Zahnarzt zu gehen. Es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die über Jahre, Jahrzehnte nicht zum Zahnarzt gehen, weil sie einfach Angst vor der Betäubung haben. Angst vor dem Eingriff, Angst davor, dass der Zahnarzt so nah ist. Das ist heutzutage vorbei. Gott sei Dank. Was machen wir da in solchen Fällen? Sie kennen das vielleicht von dem Dämmerschlaf im Bereich der Magenspiegelung oder im Bereich der Darmspiegelung. Das Stichwort ist Dämmerschlaf. Das heißt, Sie kriegen einen Zugang gelegt und Sie verschlafen regelrecht die Behandlung. Wachen wieder auf und die Zähne sind mehr oder weniger. Perfekt.